Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem kleinen Spiel. Und zwar ist das ein Horror Game von unserer Entwicklerin, äh von unserer Attestin. Und zwar hat die hier was Nettes rausgehauen. Wir gehen auf jeden Fall voll rein und schauen uns das an. Auf jeden Fall müssen wir hier die Kügel einsammeln. Und wir machen unten Geräusche. Oh fuck. Ja, wir müssen die Kugeln auf jeden Fall einsammeln. Oh, nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ding, ding. Ding, ding. Auf jeden Fall ein Horror-Pac-Man. Ihr seht ja die Geister. Richtig gut designt. Ich hoffe, ich laufe mich hier nicht gerade dumm und dämlich und laufe falsch. Das wäre natürlich fucking Deliverous. Hallo? Das ist so arschwarm. Also das kann ich auch sagen hier, ne? Ich bin nicht abgeölt oder so. Es ist wirklich sau warm. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch bei euch zuhause ein bisschen unterwegs kocht und euch ein bisschen auch so ölig fühlt. Okay. Hier muss ich noch einsammeln. Also ich hoffe, die habe ich noch nicht bemerkt. Nee, da sieht mich nicht. Äh, dass ich in Ruhe die Dinger sammeln kann. Meine Ausdauer ist auf jeden Fall sehr begrenzt. Dass sie mich halt wahrscheinlich auch kriegen dann, nach einer Zeit. Und dann haba haba mit mir machen. Oh, ein Ball. Hopp. Oh, ist er... Ah, nein! Oh, fuck! Oh, shit! Oh, dat! Scheiße! Wer hier raus? Du bist ja nett. Ah, fuck you! Oh, shit! Oh, shit! Ihr habt keine Ausdauer. Das ist scheiße. Ah, er hat nach mir gestoppt. Oh, shit! Oh, verpisse dich! I head hammer? NIIIIIINN! Oh, fuck! Wenn du wieder zuhörst? In Du hast mehr Battliungen. Einmal hier raus! Was heißt More Balls? Oh, no, 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 no. Die ist auf jeden Fall unten dann verlinkt. Da könnt ihr gerne, mega gerne reinschauen. Und wenn es bei euch gut ankommt, versuchen wir auch mal sowas öfter zu machen. Weil die Dame ist sehr talentiert, und wie gesagt, das ist unsere Artistin, die einiges für uns gezeichnet, wie das Thumbnail von Cusco Stuck zum Beispiel. Super, super. Also, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, fast alle Bälle. Ich glaube, ich habe fast alle. Wenn der Emich jetzt nicht frisst. I hate you, I hate you, please not, please not hurting me, thank you. Ball. Ball. Ball, ball. Ball, ball. Baller, baller. Da, noch ball. Ball, ball. 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 Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Was mache ich denn? Oh, nö. Oh, fuck. Was habe ich getan? Ah, sehr schön. Das ist also gesaved. Ich muss nicht immer wieder die Bälle neu einsammeln. nö. Ich kriege etwas, was ich nicht neu machen muss. Anderen spielen. Ah, da hinten ist Ball. Hallo. Bitte unterlassen Sie das. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Dankeschön. Ah, die Bälle. Ah, meine Fresse habe ich mich erschrocken. Du dummes Vieh. Wo war denn jetzt der Dings, wo stand? Come again, when I go. Mehr Balls. Wo war denn das? Oh, eine blutige Hand. LOL. Die blutige Hand lässt mich sterben. Deck von Duck, Bravo oder Skyrim. War das denn? Nein, lasst mich doch bitte in Ruhe. Ihr Ekelhaften. Oh nein, ich dachte, ich kann euch... Hi, ist doch, die sind dumm. Die sind doch schlau. Das sind verdammt schlaue Geister. So. So. War das jetzt? Das war doch vorhin irgendwo. Hier, irgendwo muss das doch gewesen sein. Wieder so eine Hand. Nein, ich klicke die Hand diesmal nicht an. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Das ist denn das? Ja, ich klicke die Hand. Oh nein, ich mache dir. Mein Sonnenlicht. Misse dich. Sind das jetzt gewesen? Bin ich doof oder bin ich doof? War doch auf jeden Fall hier irgendwo. War das doch. Labyrinth sind, ne? Was wunderschönes. Oh, verpisst euch. Oh, verpisst euch bitte. Ah, ne. Ist ein Riss in der Wand? Hier irgendwo? Oh, verpisst euch. Find's nicht. Hello. Hallo. Bitte unterlassen Sie das. Ah. Oh, ne, doch nicht. Das ist ganz falsch. Schlägt das Fenster auch noch grad zu. Megaschrocken. Ich hab doch jetzt alle Bälle, ne? Das müsste ja jetzt... Nein, lass mich. Du müsst doch jetzt hier irgendwo gestanden haben. Hm. In die Dachsitze. Doof oder was? Again, when you got more balls. Ich hab doch jetzt alle. Wo das? Wo war das? Hallo. Ganz böse. Geh weg. Hier. Warum noch mehr... Ne, nix more balls. Ich kann nicht noch mehr balls. auch durch die Dark Souls-Wand. Töte dich! Ah, scheiße. Okay. Das geht an Instant. Blblblblblblblbl. Mustierahin? auch lass mich doch direkt in ruhe warum kommt er dir zurück auf mich zu meine fresse und gucke ich diesen ball hinschieb oh scheiße nobody know lost trouble hallo ich irgendwo was vergessen irgendwo was vergessen frage nächste frage ich glaube nicht aber ist auf jeden fall ein kleines lustiges spiel ne hier seht ihr mal die hat sich selber seid ihr seid auf jedenfalls ein kleines lustiges spiel sieht halt super gut also sieht super gut aus so ne also die geister auf jeden fall man weiß relativ was man machen muss schnell nur ich weiß jetzt nicht wie ich das level zu ende bringen vielleicht bin ich auch nur noch einfach zu dämlich dafür weil er mir sagt you got mobiles aber das frage ich sie dann einfach nur zu dem ich dafür bin jeden fall vielen dank fürs zuschauen hier habt ihr noch mal so ein geist wie er das baul aufmacht und mich fressen will und dann sehen wir uns vielen dank für eure aufmerkskeit und ich hoffe ihr hat euch viel spaß